Hallo Schokoladenfreunde und willkommen zu diesem Backvideo. Ja, heute machen wir einen richtig geil leckeren Schokoladenbrownie und die Idee kam einmal aus der Reganbox. Da kam nämlich mal einmal ein kleiner Schokobrownie an, wo auch Tofu drin war und die Ria hat sich auch gewünscht, dass ich den irgendwie einmal nachmache sozusagen. Ja, das ist jetzt meine Vision und ich muss sagen, er ist wirklich super geil geworden. Allerdings sollte man davon auch nicht allzu viel auf einmal essen. Also am besten macht ihr dieses Rezept, wenn ihr, keine Ahnung, eine große Familienfeier habt oder sowas und jeder ein kleines Stück essen kann. Denn wenn ihr das für euch zu Hause, alleine oder auch zu zweit macht, dann wird das einfach zu viel. Es sei denn, ihr frittet es ein. Dann geht es natürlich auch, denn ja, der Brownie hat es wirklich in sich. Okay, los geht's. So, als erstes habe ich hier mal ein Wasserbad mit einer Metallschüssel und 200 Gramm Schokolade. Außerdem 130 Gramm Margarine. Die bringe ich jetzt erstmal zum Schmelzen und wenn sie geschmolzen sind, rühre ich sie auch schön durch, damit ihr eine einheitliche Masse bekommt. Dann habe ich hier eine Schüssel mit 140 Gramm Mehl. Ich habe jetzt Mehl Typ 630. Ihr könnt allerdings auch Vollkornmehl nehmen oder jedes andere Mehl, was ihr gerne möchtet. Und 210 Gramm Zucker sind auch schon drin. Dann habe ich hier 60 Gramm Nüsse, in diesem Fall Cashews. Und als Nüsse könnt ihr eigentlich so ziemlich alles andere auch verwenden. Ballnüsse zum Beispiel passt auch sehr gut. Schmeckt allerdings auch sehr penetrant raus. Also ist vielleicht auch nicht für jedermann etwas. Haselnüsse, Erdnüsse, Mandeln, Macadamias. Ja, könnt ihr alles verwenden. Ich nehme jetzt hier einfach ein paar Cashew-Kernes. Außerdem ein Teelöffel Backpulver. Und eine kleine Prise Salz. Das könnt ihr jetzt schon mal ein bisschen mit einem Löffel vermischen. Ja, wie gesagt, in dem Brownie, in der Reading-Box war auch Tofu verarbeitet. Deswegen habe ich jetzt hier 200 Milliliter Sojamilch. Könnt ihr aber auch andere Pflanzenmilch benutzen. Und 250 Gramm Tofu. Dann püriert ihr das Ganze, bis ihr eine schön feine Masse habt. Also bis alle Tofu-Krümel wirklich fein genug sind. Ihr könnt es auch im Hochleistungsmixer machen. Dadurch wird es noch feiner. Aber in diesem Rezept, finde ich, ist das nicht unbedingt nötig. So, dann müssen wir jetzt erstmal auf die Schokolade und die Margarine warten, bis sie gut geschmolzen ist. So, wenn das Ganze geschmolzen ist, könnt ihr den Herd erstmal ausmachen. Das Wasserbad runterschieben und die Schüssel auch gleich runternehmen. Ich kann jetzt erstmal 1-2 Minuten ein kleines bisschen abkühlen. So, dann nehme ich jetzt zum Backen eine Auflaufform. Und ihr könnt natürlich jede andere Form nehmen, die ihr möchtet. Und könnt diese zum Beispiel auch mit Backpapier auslegen. Allerdings sollte es schon eine einigermaßen flache Form sein. Also jetzt nicht unbedingt eine Kastenform. Das funktioniert wahrscheinlich auch. Aber Brownies sind ja eigentlich klassisch, dass sie wirklich relativ flach gebacken werden. Außerdem kommt nachher noch eine Schokoladencreme oben drüber. Und das macht sich bei einer Kastenform nicht unbedingt so gut. Ja, diese Form werde ich jetzt mit Margarine ausstreichen. Damit sich die Brownies nachher leichter aus der Form lösen lassen. Und wie gesagt, ihr könnt die auch ganz einfach mit Backpapier auslegen. So, dann braucht ihr wieder eure Mehl-Zucker-Mischung. Da könnt ihr jetzt erstmal die Tofu-Creme hineingeben. Und dann kommt eure geschmolzene Schokolade dazu. Und jetzt das Ganze am besten mit einer Aufschlagmaschine zu einem schönen Teig verkneten. So, der Teig muss jetzt nur noch in eure Backform. So, der kommt jetzt bei 180 Grad in den vorgeheizten Backofen. Und zwar ungefähr für 20 bis 25 Minuten. Bei mir sind es meistens so 22 Minuten. Das kommt aber immer auch auf eure Backform an. Und natürlich auch auf euren Ofen. Dass er fertig ist, das seht ihr am besten daran, dass der Rand sich schon gelöst hat von der Schale. Und auch ein kleines bisschen braun wird. Ja, bei Brownies müsst ihr auch immer aufpassen, dass der Teig nicht zu lange backt. Denn, ja, die Brownies sollen ja im Endeffekt immer noch ein bisschen feucht sein. So, das waren jetzt wie gesagt 22 Minuten. Schrauben. Ja, sieht perfekt aus. Den holen wir jetzt erstmal raus. So, solange der jetzt kurz abkühlt, braucht ihr jetzt nochmal 100 Gramm Schokolade. Die habe ich hier schon mal über dem Wasserbad geschmolzen. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr den Schritt jetzt auch weglassen. Wenn euch das Ganze jetzt einfach zu schokoladig wird, dann könnt ihr den Brownie auch einfach so wie ihr es jetzt lassen, abkühlen. Und dann so essen. Aber ich mache jetzt nochmal eine schöne Schokoladencreme oben rüber. Die ist auch ganz einfach. Die besteht eigentlich nur aus zwei Zutaten. Ihr braucht hier 100 Gramm Schokolade, wie schon gesagt. Die ihr erstmal geschmolzen habt. Dann könnt ihr die Schüssel vom Herd nehmen. Am besten so auf ein Handtuch stellen, damit das Rühren gleich ein bisschen leichter fällt. Und dann gebt ihr nochmal 100 Milliliter Sojasahne dazu. Ganz langsam am besten. Und rührt sie wirklich vorsichtig ein. Ja, damit das Ganze auch nicht klumpt. Dann nochmal alles schön durchführen. Bis sich die beiden Zutaten richtig schön vermischen und ihr so eine wunderbare Schokoladencreme bekommt. Und die Creme verteilt ihr jetzt am besten gleich auf eurem heißen Brownie-Teig. Am besten mit so einem Schlesinger. Es gibt auch welche, die solche Zacken haben. Da könnt ihr auch schöne Muster reingeben. Erstmal die Creme auf den Brownie geben. Und dann schön flach verteilen. Ein bisschen die Ecken rein. So und fertig ist euer Brownie. Der muss eigentlich nur noch geschnitten werden. Aber ich werde ihn jetzt erstmal eine Weile abkühlen lassen. Zirka eine Stunde, denke ich. Sollte er noch so ein bisschen lauwarm sein. Und dann können wir kosten. Also bis gleich. So, der Brownie ist jetzt ein bisschen abgekühlt. Dann schneide ich ihn jetzt mal an. So, und so sieht euer Brownie jetzt von innen aus. Also wie ihr seht, hier echt noch ein bisschen feucht unten. Allerdings nicht klitschig. Einfach durch den Tofu, die Sojamilch und auch die Schokolade wird er einfach feucht gehalten. Und ja, sollte eigentlich nicht so leicht trocken werden. Und fertig ist euer veganer Schokoladen-Brownie. Und ich finde, der sieht einfach super perfekt aus. Jetzt muss er bloß noch schmecken. Mh. 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 Der ist so super schokoladig. Das ist wirklich unglaublich. Ich meine, ist auch kein Wunder. Immerhin sind wirklich 300 Gramm Schokolade drin. Also wie gesagt, wenn ihr eine große Familienfeier habt, dann wäre das Rezept genau das Richtige. Aber für euch alleine, wenn ihr den Kuchen einfach nur innerhalb von einer Woche oder so essen wollt, ich finde, das wäre echt schon zu viel. Ja, ich mache das so. Ich friere mir den wirklich ein. Und hole den dann raus. Wenn entweder ich selber Lust darauf habe, oder wenn dann halt wirklich Besuch kommt oder so. Ansonsten ist das wirklich, ja, ganz schön doll. Aber es ist einfach super lecker. Mh. Mh. Ihr könnt ja übrigens auch noch ein bisschen mehr verschönern, wenn ihr möchtet, indem ihr zum Beispiel ganze Nüsse, Weinnüsse zum Beispiel, oben auf die Schokocreme drückt, oder in die Schokocreme drückt, und dann das Ganze erkalten lasst. Ja, sieht auch nochmal besonders schick aus. Aber ich finde, so ist es schon perfekt. Ja, die Brownies passen jetzt natürlich super in die Weihnachtszeit. Allerdings auch fürs restliche Jahr, wenn ihr mal so richtig Bock habt, auf eine Schokoladenbombe. Also in diesem Sinne, frohes Fest, oder eben auch nicht. Viel Spaß beim Backen, und bis zum nächsten veganen Kochenende. Tschöö. Auf Wiedersehen. Barra, 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 barra.